ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren film review auf diesem kanal beziehungsweise zu einem weiteren review einer dvd und heute haben wir vorliegen invasion der blutpharma aus dem jahre 1972 von ad adlem ja ein regisseur von dem man sonst eigentlich nichts kennt und diese dvd wurde rausgebracht von cmv laser vision wie man hier am spain und auch am cover hier oben erkennen kann und die haben diesen film in mehreren editionen rausgebracht einmal in der hardbox in der trash collection als nummer zwei und dann vor kurzem auch in einem limitierten media book aber ich habe jetzt hier halt wie gesagt die ganz normale dvd auch mit einem wende cover wo das fsk zeichen dann nicht zu sehen ist aber die qualität ist hier wirklich gut und hier auf der dvd haben wir dann auch noch mal so ein alternativ cover will ich jetzt nicht sagen aber auch mal so ein abdruck von so einer latz hose was gut dazu passt allgemein ich bin mir jetzt nicht ganz sicher also das amerikanische plakat ist es hier nicht ich glaube es ist das deutsche plakat und das ist wirklich richtig 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 cool gestaltet das ist allerdings hier so ein bisschen abgeschnitten und auch etwas unscharf aber ich finde es trotzdem sehr sehr schön hier mit dieser zerlaufenden schrift und diesen also fahrmann der hier die frau mit der misstgabel aufspießen will das ist wirklich sehr sehr schön gestaltet hier auch oben sie ernten die toten das finde ich wirklich sehr sehr cool ja und worum geht es überhaupt es geht darum dass eine druide von von fahrmann ihre königin wieder erwecken wollen und diese braucht blut ja und dann morden sie halt in irgendeinem provinz nest irgendwo in amerika im hinterland ermorden sie da die 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 hinterwälder und da ist dann hat man natürlich auch wieder ein paar welches darin versucht irgendwie zu überleben ja der film geht auch gerade mal 74 minuten ist also recht kurz wir haben hier zum beispiel auch noch ein paar special features sage ich mal audio kommentar mit mit dem regisseur auch mit kameramann eine umfangreiche bilder galerie programm trailer bla 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 also das ist vielleicht noch ganz interessant der audio kommentar des regisseurs das ist auch recht informativ und schön anzuhören ja und dieser film das ist so ein früher blätter oder das wird wenigstens so beschrieben teilweise als früher vertreter des blätter genres in den usa es ist wirklich trash es ist trash der sich wirklich blut ernst nimmt und er versucht irgendwie dramatik reinzubringen und obwohl er 74 minuten dauert ist das irgendwie nicht besonders spannend weil die leute laufen von a nach b und leider gibt es auch nicht viel später zu sehen blut hier blut getränkt irgendwie ermordung mit goa oder irgendwas das sieht man hier wirklich kaum ist die härteste szene ist in der enthauptung szene und die wird auch nicht wirklich klar explizit gezeigt das war auch dem budget wahrscheinlich das ist dem budget zuzuschreiben da hatte er wahrscheinlich der regisseur nicht wirklich viele möglichkeiten musste sich da irgendwie anders behelfen das ganze ist wirklich absurd und unfallwürdig komisch also hier hat man das nicht mit richtigem trash zu tun nicht mit irgendwie billig kalkulierten trash wenn es heutzutage bei asylum es zu tun hat aber das ist halt trotzdem nur bedingt unterhaltsam einfach aus dem grund weil halt nicht besonders viel passiert es gibt ein paar highlights das ende ist zum beispiel wirklich witzig weil das völlig absurd ist und man die schauspieler versuchen irgendwie ernst zu spielen aber das klappt natürlich überhaupt nicht aber ansonsten ist das wirklich eher langweilig und der film ist allgemein wirklich eher langweilig ob man da jetzt media book braucht ja das cover ist wirklich unglaublich schön und der titel ist auch wirklich herrlich das ist hier einer dieser vertreter das cover ist besser als der film und das finde ich sehr sehr schade weil die idee ist völlig absurd das cover sieht richtig geil aus die story ist auch natürlich wirklich absolut makaber ja schreibt mir gerne in die kommentare wie ihr ihn fandet davon remake das wäre doch mal was aber mir hat er leider nicht so gut gefallen ja und damit sehen wir uns beim nächsten video tschüss